Und jetzt haben wir eine Heartline von Adelheid in Deutschland. Als ich während des Arbeitens Supreme Master TV schaute, wurden einige süße Tierpersonen-Filmchen ausgestrahlt. Nach einer Worte der Weisheit-Sendung. Ich fühlte mich beim Zuschauen so glücklich. In der Herzensbotschaft sprach der Autor über positives Denken oder darüber sich selbst positive Fragen zu stellen, um sich eine positivere Denkweise anzugewöhnen. Doch ich finde, dass Supreme Master TV die positivste Affirmation ist, die man über den ganzen Tag lang bekommen kann. Sobald man Supreme Master TV so richtig schaut und nicht nur im Hintergrund laufen lässt, sondern wirklich aufmerksam zuschaut, fühlt man sich positiv und glücklich. Das ist so ein großer Segen. Ich habe einfach diese enorme Positivität gespürt und glaube, ich sollte diesen total offensichtlichen, aber auch sehr wichtigen Tipp teilen. Wir müssen uns wirklich jeden Tag etwas Zeit nehmen, um wahrhaftig Supreme Master TV zu schauen. Das ist die positivste Affirmation, die wir neben der Meditation bekommen können. Danke, Meisterin, für all deine harte Arbeit und Mühe, um uns Positivität und eine vegane Welt zu bringen. Wir danken Gott, dem Allmächtigen, dass sie uns mit der ultimativen Meisterin und Weltveganismus und Weltfrieden segnet. Vielen Dank an alle Teams und ich wünsche euch tagtäglich einen wunderbaren Tag. Adelheit aus Deutschland. Knowing Adelheit Our appreciation for your message Indeed, watching Supreme Master TV does bless us with the positive energy we need every day to keep our minds and hearts uplifted. Master has put immeasurable blessing power into the broadcast, and the positive effects have covered the earth with divine love and light. We hope many more people discover the love emanating from Supreme Master Television and put it to good use in their daily lives. May you and the diligent people of Germany live in divine joy and laughter every day. Supreme Master TV team P.S. Here is Master's message for you. Adelheit, Liebling, or Darling My heart is glad you are making good use of Supreme Master TV and receiving the blessings from it daily to fuel your positive outlook on life. Supreme Master Television is a tool to help the world awaken. We must still remember to think positively throughout the day and praise Almighty God. As long as we have a mind to think, we must direct it. It is not enough only to receive blessings, we must also be a force for good in our communities. Our actions arise from our thoughts, which we must learn to master and channel toward love and compassion. May you and clever Germany forever be surrounded by the light of God. Embrace and love you! Embrace and love you!